Laut einem führenden königlichen Experten hatten Harry und Meghan ein katastrophales Jahr und wurden zum Gespött. Die Sussexes begannen ihr Jahr mit sinkenden Einschaltquoten nach der Veröffentlichung ihrer Netflix-Dokumentationen und Harrys umstrittenen Sparem im Waren. Später im Jahr wurden sie während eines Besuchs in New York in eine, wie sie es nannten, beinahe katastrophale Verfolgungsjagd verwickelt, und Spotify bestätigte, dass sie ihre Vereinbarung mit dem Paar nach einer Reihe von UPS, einschließlich des Erfolgs der Invictus Games, beenden würden im September und Harrys Telefon-Hacking-Sieg. Die Veröffentlichung von Ometskos Endspiel versetzte den Hoffnungen auf eine Versöhnung zwischen dem Paar und der königlichen Familie einen gewaltigen Schlag. Raffi Halmano sagte gegenüber GB News, ich denke, dies war ein katastrophales Jahr für das Monitor-Duo, das mit zwei katastrophalen Büchern gekrönt wurde. Spare, dass sie weltweit zum Gespött machte, South Park und ihre weltweite Privacy-Tour. Wir sahen, wie Family Guy sie in jeder Late Night-Rugsche verspottete, und am Ende des Jahres endete das Ganze mit Endem von Ometskobi. Harry und Meghan sehen sich mit besonderer Gegenreaktion konfrontiert, nachdem sie es versäumt haben, den CLA anzusprechen, den Scobie in seinem Buch gemacht hat, obwohl mehrere Experten sie aufgefordert haben, sich vom Autor zu distanzieren. Zuletzt wurde Meghan von der Tech-Radio-Moderatorin Kim Kemento in einer Show als Narzisstin bezeichnet. Kim Kemento ist ein US-Radio-Moderator, der über technische Themen spricht. In einer aktuellen Folge der Kim Kemento-Show sagte sie, warum sollte ich mit einer narzisstischen Frau in Kontakt treten wollen, die mit dem ehemaligen Royal Namensprinz verheiratet ist? Die Amerikaner in den Medien kommen wirklich näher und erkennen die Wahrheit über Meghan und den Kerl an ihrer Leine, der nicht einmal mehr einen Namen wertschätzt. Das Blatt wendet sich wirklich, es gibt jetzt keinen Nachteil mehr für Medienleute, jeden, der dafür bekannt ist, seinen Ekel zum Ausdruck zu bringen, sodass sie in allen Genres zum Gespött werden. Sie sind beide ahnungslos. Kim Kemento liefert eine hervorragende Show ab, sie ist keine A-Prominente, aber sie hat Meghan völlig vernichtet wie ein Käfer. Durch den Umzug nach Kalifornien hofften die Sussexes, amerikanische Royals zu werden, aber stattdessen werden sie mit etwas verglichen, das viele Amerikaner an Thanksgiving essen, tut hinne. Laut BRG-Romark Bowski möchten Prinz Harry und Meghan Markle möglicherweise ihre Taktik für das neue Jahr ändern, wenn sie weiterhin relevant bleiben wollen. Im Moment sieht es für sie nicht besonders gut aus. Bowski sagt, dass 2024 das beste oder absolut schlechteste Jahr im Leben von Harry und Meghan werden kann. Er drückte es so aus, das Showbusiness ist von Erfolg und finanziellen Gewinnen angezogen. Truthähne sind nur zu Thanksgiving akzeptabel. Es gibt Spekulationen, dass die Branche angesichts der Präsenz zunehmend misstrauisch werden könnte. Bowski fügte hinzu, dass sich im Herzen von Meghan und Harry etwas zu entspannen beginnt. Ich denke, dass das Jahr 2024 ein Erdbeben sein wird, entweder weil sie etwas tun werden, um sich zu erholen und eine neue positive Taktik zu finden, oder weil es den Untergang der Marke bedeuten wird. Es kann nur einen von zwei Wegen gehen. Es kann im Moment nicht dort bleiben, wo es ist, weil es offensichtlich nicht funktioniert. Die anhaltenden Untersuchungen rund um die SARS-Exes sind nicht vorderhaft. Es ist ein schwarzes Loch in Tinseldown, Hoffnungslosigkeit wird nicht akzeptiert. Es ist ein schwarzes Loch in Tinselon, características er INTILS hat nicht.